Moin Moin und frohes Neues, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich komme ein bisschen spät, aber ich bin da. Ja, wir sind im Jahr 2024 angekommen und ich wollte ganz kurz einen kleinen Ausblick auf dieses Jahr geben, was auf diesem Kanal geplant ist, weil ich hundertprozentig weiß, dass die wenigsten die Entwicklungen auf meiner Webseite verfolgen, wo ich gerade sehr viel schon aufgebaut habe. Also dementsprechend einmal kurz in Videoform, dass ihr alle auf dem gleichen Stand seid. Wir haben jetzt letztes Jahr den Approximationen-mittels-Foyer-Reihenkurs abgeschlossen. Der ist jetzt auf der Webseite archiviert. Alles tutti. Was wir jetzt als nächstes haben werden, ist ein Kurs zur Hilbertraumtheorie. Da ist auch das Skript in einer Vorversion schon auf der Webseite zu finden. Da habe ich gerade mal einen kleinen Walkthrough, sage ich mal, durch den Inhalt vorbereitet. Der wird auch jetzt dann zeitnah veröffentlicht. Der Kurs ist auch fertig. Den werde ich jetzt im Laufe der nächsten Wochen und Monate abdrehen. Das ist ein umfangreiches Ding, aber ich sage mal so, kein Biest. Ich denke mal, das werden wir hinkriegen. Und danach plane ich, das muss ich aber erst selber lernen, tatsächlich mal anzugehen, so eine Art Steilkurs-Maß- und Integrationstheorie. Ich habe das auch schon auf der Webseite geschrieben. Es gibt so ein schönes, schmales Buch vom Herrn Brokate und der ist der andere Hersting mit dem Namen Maß und Integral. Das benutze ich gerade mal, um mir so ein bisschen einen Überblick zu verschaffen, weil ich möchte nicht den Elstrott durchlesen. Ich werde das danach ein bisschen straffen, ein bisschen neu arrangieren, zusammenfassen und wie immer mit meinem eigenen Scheiß anreichern. Ihr kennt das ja. Und das wird wahrscheinlich dann in der zweiten Jahreshälfte realistischerweise ein Projekt, was dann nach den Hilberträumen kommen wird. Und genau, das wäre im Wesentlichen alles, was ich momentan für dieses Jahr plane. Es kann natürlich sein, dass zwischendrin nach den Hilberträumen noch was anderes kommt, je nachdem, wie weit ich mit diesem Maß und Integral bin. Ich werde das rechtzeitig abschätzen können. Und ansonsten, wir haben ja noch ganz viel über. Also ich könnte ein bisschen was zu Sobolev-Räumen einschieben wahrscheinlich mal. Ich könnte mich mit Dualitätstheorie weiter beschäftigen. Also wir haben noch ein bisschen was auf Halde, auch funktional-analytisch, was ich durchaus mal spannend fände. Und ansonsten werde ich vielleicht mal versuchen, mal so ein bisschen losere Formate einzustreuen. Ich habe da gerade noch so ein Video auf Halde, was ich noch nicht veröffentlicht habe, weil ich noch nicht weiß, was ich mit diesem Material machen möchte. Da ging es so ein bisschen um Algorithmik und im intuitiven Randtasten an Algorithmen mittels Python, Datenstrukturen in Python. Da finde ich das Format aber noch nicht so ausgereift. Da muss ich noch mal überlegen, was ich damit tue. Aber das wäre so eine Sache. Und ich versuche vielleicht auch mal einfach so kürzere, kleinere Videos reinzumachen. Bin mir allerdings noch nicht sicher, in welchem Umfang oder in welchem Format. Falls ihr da Vorschläge oder Ideen habt, lasst mir das natürlich gerne da. Und ich gucke mir das alles an und entscheide dann, ob da was bei ist, was ich irgendwie verwenden möchte oder gebrauchen kann. Das wäre es auch soweit schon. Ich möchte das jetzt hier auch nicht länger halten, als es sein muss. Es soll ja wirklich nur ein kleiner Ausblick sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich glaube, das wird ein lustiges Jahr in der Hinsicht. Ich freue mich drauf, wenn es euch gefällt und ihr da Spaß dran habt. Deswegen, wie immer, lasst mir eure Rückmeldungen da. Und ansonsten bedanke ich mich sehr fürs Zuschauen, wünsche euch ein schönes und gesundes Jahr. Und in dem Sinne, macht's gut und tschüss.